jo meine freunde willkommen auf einem neuen video heute möchte ich dir erzählen warum du dich aufwärmen solltest weil die aufwärmung wenn wir uns aufwärmen verhindern wir verletzten und wärmen unser körper auf ein geiler training vor und heute möchte ich dir davon erzählen guck mein video nach guck meine warm-up mach nah und so wärmst du dich auf deine mega 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 geile training weil wir wollen ja muskeln haben wir wollen ja alles wir wollen ja alles so haben wir wollen ja alles so hart wir wollen ja alles so sie lieckte die wei und jeslie sie li Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020